Hallo und herzlich willkommen bei 10xTrading. Im heutigen Video bereiten wir uns intensiv auf die wichtige kommende Handelswoche vor. Zu Beginn des heutigen Marktbriefings sprechen wir über einige Grafiken und Makrodaten. Wir beginnen mit Smart Money vs. Dumb Money. Da haben wir gerade in den letzten Handelstagen gesehen, dass bei den institutionellen Anlegern die Gewinnmitnahmen eingesetzt haben, während die Kleinanleger nahe der Widerstände wieder stark zugenommen haben in ihrem Zuversichtslevel. Das müssen wir ganz genau beobachten ab sofort. Wir sprechen heute auch noch bei den Makrodaten über einige interessante Fakten aktuell, gerade was die Positionierung im Markt angeht. Kritisch bleibt für mich, dass dieser Widerstand, den wir aktuell sehen, meines Erachtens nicht unüberwindbar ist. Und falls dieser Widerstand rausgenommen werden sollte, kann der Markt auch direkt von der aktuellen Positionierung aus nochmal stark ansteigen. Das ist ein Thema, über das wir heute bei den Live-Charts im Detail sprechen. Natürlich gehen wir heute auch wieder auf unseren Fahrplan ein für 2023 und wie sich der S&P 500 aktuell im Vergleich zu der Projektion, die wir vor einigen Wochen gemacht haben, verhält. Und wir sprechen auch über ein Kursziel, das möglicherweise einige überraschen könnte. Wenn wir uns die mittelfristige Risikobewertung anschauen im S&P 500, sehen wir, dass wir bei einer 7 angekommen sind im Rahmen der aktuellen Rallye. Das ist meines Erachtens nicht der Ort für frische Long-Positionen, insbesondere weil wir eben sehen, dass der Markt am Widerstand angekommen ist. Ich möchte euch aber heute bei den Live-Charts im Detail nochmal auf eine Kurslücke aufmerksam machen, die wir geöffnet haben im vergangenen September, die minimal höher liegt als die aktuellen Kurse im S&P 500. Und die uns dann vor allen Dingen auch im Vergleich zu den Februarhochs ein knapp höheres hochgenerieren würden. Das ist momentan noch so ein Szenario, was ich auf dem Zettel habe, dass die Märkte jetzt hier an Ort und Stelle noch ein bisschen mehr Abseitpotenzial haben, um diese Kurslücke zu schließen. Und dann eventuell eben in die von uns auch projizierte Korrektur reingehen, in den Bereich um die 4000 Punkte bis 3950 Punkte. Diese Kurse würde ich dann nochmal für interessante Nachkaufkurse halten. Ganz kurzfristig hat sich der Markt am Freitag sogar nochmal etwas abgekühlt. Da hatten wir zuletzt eine 8 gesehen in der Risikobewertung. Da sind wir jetzt scharf zurückgekommen von der 8 wieder zurück auf die 5 in den neutralen Bereich. Und das würde dem Markt durchaus ein bisschen Luft geben, möglicherweise sogar grün in den Wochenbeginn reinzustarten. Potenzialer Breakout aus den 4150 wäre eine denkbare Folge, um dann entsprechend eben die Kurslücke abzuholen. Hab das mal bitte auf dem Zettel, dass wir uns gerade, was das ganz kurzfristige Risikolevel im S&P 500 angeht, am Freitag jetzt durchaus ein bisschen abgekühlt haben. Und deshalb bleibt es meines Erachtens auch wichtig, dass du vor allen Dingen täglich auf dem Kanal dabei bleibst und die Videos verfolgst. Deswegen lass direkt mal dein Abo da und natürlich auch sehr gerne für dieses Video einen Like. Wir schauen uns hier die Saisonalität an im S&P 500 und da sehen wir, dass wir jetzt von einer sehr starken Phase stehen. Aktuell sind wir noch so in einer Phase, wo der S&P 500 nochmal ein bisschen zurückkommt nach stärkeren Anstiegen. Das passt schon ganz gut zusammen auf die aktuelle Marktsituation. Ich muss sagen, ich bin hier sehr gespannt, wie es weitergehen wird. Schauen uns heute natürlich, wie gesagt, bei den Live-Chats im Detail die wichtigen Widerstände an, wichtigen Supports und gehen dann eben auch mal so ein bisschen in die Zukunft. Was ist hier an möglichen Kurszielen denkbar? Und komm auch sehr gerne auf den Discord und werde Teil von unserer täglich wachsenden 10x Trading Community natürlich auch sehr gerne als 10x Member. Dort profitierst du dann auch von meinen täglichen Markt- und Aktienanalysen. Was wir hier sehen, ist der Groupman-Sack Sentiment Indikator und da sehen wir, dass wir nach wie vor im sehr leicht positionierten Marktumfeld sind. Circa eine Standardabweichung unter der Norm. Es war schon negativer, keine Frage, aber man ist hier aktuell, wie der Marker, die oben so schön schreibt, weit weg von einem Halleluja-Sentiment, wo man jetzt unbedingt zwingend reinschorten müsste. Meines Erachtens ist das Sentiment und die Positionierung am Markt derzeit durchaus noch eher im pessimistischen Bereich. Was wir auch schön sehen, wenn wir uns das übergeordnete Short-Interest anschauen auf alle S&P 500 Aktien im Schnitt. Da sind wir jetzt bei einem Short-Interest von 1,7% auf die gesamte Marktkapitalisierung des S&P 500. Das ist im historischen Vergleich durchaus hoch und das muss man sich auch anschauen. Das ist interessant, das ist vor allen Dingen seit Jahresbeginn angestiegen. Also trotz Rally, trotz steigender Kurse, trotz natürlich auch Short-Eindeckungen sehen wir, dass die Short-Quote übergeordnet auf die S&P 500 Aktien in den letzten Wochen tatsächlich sogar eher nochmal zugenommen hat. Genauso wie die Höhe der spekulativen Short-Position auf den S&P 500 e-Mini-Future. Da haben wir letzte Woche schon mal drüber gesprochen in der Grafik, dass hier die Hedgefonds vor allen Dingen so Short-Positioniert sind wie zuletzt 2011. Das muss man sich wirklich mal vorstellen. Und hier siehst du nochmal der hellblaue Graph unten. Das ist die spekulative Short-Positionierung, aktuell Long-Short-Positionierung auf den S&P 500. Wir sehen die natürlich deutlich im negativen Bereich und wir sehen die vor allen Dingen auch, dass hier die Short-Positionen auf den S&P 500 Future so groß sind aktuell, wie sie den gesamten Bärenmarkt über bislang noch nicht waren. Wenn du die Reichweite von diesem Video deutlich erhöhen möchtest, lass sehr gerne dein Like da und schreib vor allen Dingen auch gerne einen Kommentar unter das Video. Das sind eben lauter Faktoren, die ich permanent im Hinterkopf behalte, wenn ich täglich die Märkte analysiere und insbesondere, wenn ich mir eben auch ein Bild mache, wie die Märkte die nächsten Wochen und Monate laufen könnten. Und ich muss ganz klar sagen, zum jetzigen Zeitpunkt bin ich nach wie vor der Meinung, dass der Pain-Trade, also der Trade des maximalen Schmerzes nach oben sein dürften. Was wir hier sehen, sind die Erwartungen an die Unternehmen seitens der Analysten, an die Earnings per Share im Rahmen der Berichtssaison. Und da sehen wir, wie extrem die zurückgeschraubt wurden. Der dunkle Balken, das betrifft den breiten S&P 500. Gerade beim ersten Quartal 2023 sehen wir hier wirklich massiv reduzierte Erwartungen. Wir haben es vergangene Woche schon gesehen bei den Banken, wie leicht es die hatten, die Erwartungen zu übertreffen. Wenn das so weitergehen sollte und insbesondere, wenn dann auch die Big Techs möglicherweise positiv überraschen können, dann kann dieser Markt wirklich noch lokal deutlich mehr abseits in sich haben. Was wir aber auch sehen, ist, dass die Erwartungen ab sofort deutlich ansteigen. Wir haben jetzt wirklich die Talsohle erreicht, was die Analystenerwartungen angeht. Das heißt, zwei Dinge. Der Gegenwind, den die Unternehmen und den die Börse damit auch verspüren wird, wird ab sofort von Monat zu Monat durchaus größer. Und was auch sehr, sehr wichtig sein würde, wo wir auch vermutlich sogar stärker darauf achten sollten, als auf die Earnings an sich. Vor allen Dingen, wenn wir mittelfristig denken, das wird ganz klar der Ausblick sein, den die Unternehmen geben. Damit kommen wir zur Berichtssaison. Und man muss sagen, diese erste Woche der neuen Berichtssaison hat es bereits absolut in sich. Montag vorbörstlich unter anderem die Zahlen von Charles Schwab. Und da bin ich gespannt. Wir wissen, die waren auch in den letzten Wochen durchaus immer mal wieder in den Schlagzeilen. Dienstag vorbörstlich dann die Zahlen von Goldman Sachs, Johnson & Johnson und der Bank of America nachbörstlich. Schauen wir dann natürlich ganz klar unter anderem auf Netflix. Auch Western Alliance, Dienstag nachbörstlich mit den Zahlen. Mittwoch vorbörstlich unter anderem ASML, Morgan Stanley und Nasdaq. Und nachbörstlich dann die Zahlen von Tesla unter anderem. Und auch IBM liefert Mittwoch nachbörstlich. Donnerstag vorbörstlich schauen wir dann noch unter anderem auf Taiwan Semiconductor, American Express und Blackstone. Und am Freitag gehen wir dann aus der Woche unter anderem mit den Zahlen von Procter Gamble und SAP. Damit beenden wir offiziell die Earnings Season, die die Zahlen vom vierten Quartal 2022 behandelt hat. Wir sehen, dass 63 Prozent der Unternehmen die Erwartungen der Analysten übertreffen konnten. 1.918 an der Zahl, während 1.103 an den Erwartungen gescheitert sind. Da muss man ganz klar sagen, diese Earnings Season bekommt das Prädikat, es hätte schlimmer kommen können und ich bin sehr gespannt, ob wir diese Zahl von 63 Prozent in der aktuellen Earnings Season nochmal übertreffen können. Und damit kommen wir zum Wirtschaftskalender und der ist im Vergleich zur Berichtssaison durchaus etwas unaufgeregter. Diese Woche Montag gibt es eine Rede von Christine Lagarde. Dienstagnacht gibt es dann die Meldung des Bruttoinlandsprodukts aus China. Da bin ich sehr gespannt drauf, weil ich auch aktuell durchaus den Hang Seng auf dem Schirm habe. Auch die Industrieproduktion aus China wird gemeldet. Der ZDW Konjunkturerwartung aus Deutschland um 11 Uhr und die Baugenehmigung in den Vereinigten Staaten um 14.30 Uhr. Mittwoch Verbraucherpreisindex im Euro-Bereich in der Eurozone und die Rohöl-Lagerbestände aus den Vereinigten Staaten. Donnerstag gibt es dann das EZB-Sitzungsprotokoll der letzten EZB-Sitzung. Die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den Vereinigten Staaten. Schaut mal, jetzt sind ja die Prognosen auch durchaus angehoben auf 240.000. Da bin ich gespannt, ob dieser Trend zu mehr Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe aus den letzten Wochen sich fortsetzen wird. Der Filifed-Herstellungsindex wird mit minus 20 prognostiziert. Also sehr düstere Aussichten hier von der Filifed, die prognostiziert werden. Da bin ich auch gespannt, wie der reinkommt. Verkäufe, bestehende Häuser. Und am Freitag gehen wir dann aus der Woche mit dem Einkaufsmanager-Index im verarbeitenden Gewerbe für Deutschland. Und schaut mal, der ist hier auf sehr niedrigen Niveaus unterwegs. Vormonat 44,7. Prognose liegt bei 45,6. Wenn dir das Video Mehrwert bietet, lass sehr gern deinen Like da. Das ist der YouTube-Algorithmus möglichst vielen Leuten empfiehlt. Und abonniere auch den Kanal, dass du jetzt in dieser wichtigen Marktphase nichts mehr verpasst. Damit kommen wir zum Thema Sentiment. Wir haben den vielen Greed-Index am Freitag noch auf eine 67 getrieben. Das heißt, wir sind hier im Bereich der Gier unterwegs. Ich möchte aber gerade noch erinnern, wenn wir uns auch mal die Timeline anschauen, im Februar im Rahmen dieser Extremphase der Rally hatten wir auch mal einen extremen Gierwert von 82. Also das aktuelle Marktumfeld ist durchaus in der Lage, diesen Indikator noch weiter nach oben zu treiben. WMAA-Ii-Sentiments-Befragung von vergangener Woche. Bei den Bären hat sich nicht viel verändert. Von 35 auf 34,5. Was sich extrem verändert hat, ist das bullische Lager. Ist deutlich kleiner geworden. Von 33,3 auf 26 Prozent runter. Und 39,5 Prozent. Und damit einer der höchsten Werte aller Zeiten. sind aktuell neutral dem Markt gegenüber. Und das kann natürlich, welche Bewegung oder welche Richtung auch immer der Markt jetzt als nächstes einschlägt, diese Bewegung dann deutlich beschleunigen. Die Lager sind deutlich gespaltener bei der YouTube-Community. Also bei euch. Wir haben 34 Prozent Bullen unter euch. Vom Mittwoch ist diese Umfrage. 41 Prozent sind bearish und lediglich 24 Prozent sind neutral. Und da starten wir natürlich auch mit dem heutigen Video wieder eine neue Umfrage. Umfrage. Damit kommen wir zur Chartanalyse. Und die beginnen wir heute mit dem Blick auf unseren Liquiditätschart der wichtigsten Notenbanken, EZB, FED, der Bank of Japan und natürlich auch der People's Bank of China. Wir wissen, dass wir übergeordnet an einem Doppeltop angekommen sind mit den Hochs, die wir Ende Januar, Anfang Februar gesehen haben. Wir wissen auch, dass wir hier einen gewissen Frühindikator haben. Wir sehen das Tief der Liquidität bereits Ende September. Wir wissen, dass die Märkte erst Mitte Oktober ihr Tief gefunden haben. Aber auch übergeordnet sehen wir klaren Tendenz. Hier steigende Liquidität, steigende Märkte in den letzten Monaten. Deswegen müssen wir hier ganz genau hinschauen, lokal. Wir sehen aber, dass wir in dem Trendkanal jetzt auch Widerstand gefunden haben. An der Herzen ist eine Sache, die mir nicht so gut gefällt. Wir sehen hier sehr enge Bollinger Bänder aktuell. Also durchaus kann es hier vor einem oder kann dieser Chart hier vor einem deutlichen Impuls stehen. Das müssen wir auf dem Zettel haben. Deswegen ist hier auch mein Preisalarm drauf. Auch wenn wir Tagesschlusskurse bekommen über diesem Abwärtstrend und wenn wir sehen, dass dieser Impuls sich nach oben abspielen sollte, dann haben die Märkte eine sehr gute Chance, aus den aktuellen Widerständen entsprechend auszubrechen. Das könnte dann auch einen etwas größeren Short-Squiz triggern, weil wir wissen, wie short die Märkte aktuell stehen. Aber auch ganz wichtig, wenn die Hedgefonds sozusagen recht behalten, wenn die Fed weiter Liquidität jetzt hier entziehen wird aus dieser Situation raus und wir ganz deutlich diese Bewegung bekommen, dieser Abwärtstrend respektiert wird und dieser Chart durch den Trend brechen sollte, möglicherweise im weiteren Verlauf auch potenziell durch die 200-Tage-Linie. Dann wird es sehr wichtig, dass wir vorsichtig sind, dass wir uns zur Downside auch entsprechend absichern, denn wir wissen und dieser Chart zeigt uns ganz deutlich, wo aktuell die Musik spielt. Märkte können nur steigen im derzeitigen Umfeld und übergeordnet generell. Wir wissen, wenn Liquidität vorhanden ist und das macht diesen Chart in den kommenden Tagen und Wochen und deswegen bleibt definitiv dran auf diesem Kanal unglaublich wichtig. Und der Gegenspieler, wenn man so möchte, zum Liquiditätschart, das ist hier der Chart des US-Dollar-Index. Wir sehen, der hat hier Ende September seinen Top getroffen, genau dort, wo der Liquiditätschart seinen Boden erwischt hat, weil der US-Dollar-Index unterstützt steigende Märkte. Wunderschönes Zusammenspiel. Aktuell sehen wir, dass der US-Dollar-Index hier Support finden könnte an den lokalen Tiefs, an den Jahrestiefs aus dem Februar. Hat hier am Freitag auch gut reagiert. Wir haben darüber gesprochen, Doppelboden jetzt hier mit der Donnerstags- und der Freitagskerze auf den 100,9. Ich bin hier noch nicht ganz überzeugt, dass das hier wirklich reichen wird für eine nachhaltige Gegenbewegung beim US-Dollar-Index. Dieser Abwärtstrend ist durchaus dominant. Wir haben hier noch die 20-Tage-Linie, die zuletzt hier, selbst nach dem Fake-Out aus dem Abwärtstrend, dafür gesorgt hat, dass es hier nochmal zu einem scharfen Abverkauf gekommen ist, sogar zu einem lokalen Tief. Sowas kann eine Kapitulation sein, keine Frage. Und deswegen sehen wir hier auch die Reaktion auf den wichtigen Doppelboden. Wir werden uns in den nächsten Tagen noch dazu äußern, ob es hier möglicherweise zu einer Long-Position für mich kommen wird im US-Dollar. Dass wir nochmal auf eine Gegenbewegung spekulieren. Ansonsten bleibe ich weiter vorsichtig, denn wenn dieses Level hier brechen sollte bei 100,9, sind wir auf der linken Seite, hat er sehr wenig Support. Der nächste echte Support, den ich dann sehe, das ist hier die Golden Pocket der gesamten Dollar-Rallye seit 2021, 2022. Und das ist hier ganz klar im Bereich von einem zweistelligen Dixie bei 99,2 bis 98,4 technischen Support. Hier auf der linken Seite sehen wir mit diesem Triple-Boden dann tatsächlich auch erst im Bereich bei einem Dixie von 97,7. Und passend zu einem potenziell nochmal stärker werdenden US-Dollar-Index passt hier natürlich auch potenziell steigende Tendenzen bei der Verzinsung der 10-jährigen Staatsanleihe. Die ist jetzt auch im MACD gerade auf einem frischen Kaufsignal. Ist jetzt auch über den wichtigen 3,5% per Freitagsschlusskurs, haben wir genau geschlossen, bei 3,517%. Widerstand gab es am Freitag bei der 200-Tag-Linie, war durchaus zu erwarten. Man muss aber auch ganz klar sagen, dieser Chart sieht für mich lokal durchaus potenziell bullisch aus. Wenn wir uns hier aus diesem Falling-Wedge die Distanz abmessen, schauen wir hier mal drauf, dass wir jetzt gerade aus dem 23er Fibonacci ausgebrochen sind. Haben wir am Freitag als Support getestet. Jetzt sind wir hier beim Widerstand an der 200-Tage-Linie. Das Target für diese Gegenbewegung wäre hier aber ganz klar nochmal bei dem Zins. Das ist für mich auch so ein bisschen der Sweet-Spot der Zinsen, wo man jetzt nicht die große Panik sieht. Die Flucht in die Anleihen mit einem Bruch von deutlich unter 3,5%. Aber wo es auch noch nicht, meines Erachtens, groß bedenklich wird von der Zinshöhe her bis 3,75%. Das ist ein durchaus freundlicher Bereich, wo dann auch die Märkte, Aktienmärkte durchaus gut laufen können in diesem Bereich, meines Erachtens. Deswegen wichtig, Ziele für den Zins der 10-Jährigen bei 3,57%, jetzt bis 3,76%. Habt ihr aber, wenn ihr Zins bullish seid, aktuell durchaus auch jetzt hier diesen Widerstand an der 200-Tage-Linie auf dem Schirm. Und auch der Zins auf die Zweijährige arbeitet hier in einer durchaus schönen Bodenbildung, nachdem wir im Rahmen der Panik um die Bankenkrise sogar kurzzeitig mal zweijährige Zinsen gesehen haben bei 3,55%. Aktuell steht er bei 4,1%, auch knapp über der 200-Tage-Linie bereits. Der Sweet-Spot bei der Zweijährigen, wo wir die letzten Monate seitwärts drum herum gegangen sind, das ist hier der Bereich um 4,25%. Habt auch auf dem Zettel, dass die Zweijährige aktuell deutlich unterm Leitzins der FED verzinst wird. Und das ist ein Anzeichen gewesen in der Vergangenheit, dass der Anleihenmarkt stark davon ausgeht, dass die FED fertig ist oder ganz kurz vor der Zinspause steht, richtig bedenklich werden, was der Anleihenmarkt hier versucht einzupreisen, wo wir genau hinschauen müssten. Das ist meines Erachtens der Punkt, falls der Zins der Zweijährigen nochmal deutlich über 4,5% ausbrechen sollte. Unsere Alpha-Zinskurve, die Kombination aus allen denkbaren Zinskurven, ist nach wie vor tief invertiert. Nahe sogar der Tiefs bei minus 28 Basispunkten im Schnitt. Wir haben hier die vertikalen Balken, das sind in der Vergangenheit die Rezessionen, die aufgetreten sind nach der tief invertierten Zinskurve. Zuletzt auch hier 2020, natürlich 2008 in den 2000ern, also die Dotcom-Bubble und natürlich auch in den Ende der 80er, Anfang der 90er. Und was wir sehen ist, dass die Rezessionen immer dann eingetreten sind, wenn diese Kurve wieder vollständig reinvertiert waren. Das ist natürlich keine Garantie, völlig klar. Und ich werde auch extrem vorsichtig, wenn wir hier sehen, dass wir eine nachhaltige, scharfe Erholung bekommen in diesem Chart. Wir blicken mal auf einige Sektoren im S&P 500 und schauen, wie die aktuell technisch darstellen. Und wir beginnen mit XLK, dem Technology-Sektor. Und da muss uns klar sein, wir sind hier am Widerstand, gehen jetzt hier seitwärts seit einigen Tagen am Top von diesem Trendkanal. Begonnen wurde dieser Trendkanal ganz klar am Tief im Oktober. Wunderschön respektiert am Top und am Boden zuletzt. Und das ist wichtig, gab es hier Ende Februar, Anfang März Support an der Herzlinie. Und das gibt diesem Chart jetzt im weiteren Verlauf durchaus höhere Wahrscheinlichkeit hier, möglicherweise sogar auszubrechen. Wir sind hier bei XLK bereits ganz nah dran an der Golden Pocket, der gesamten Downside von 2022. Seid euch sicher, ich beobachte diesen Chart hier ganz genau. Denn entweder kommt es hier wirklich nochmal zu einer etwas schärferen Korrektur im Bereich von Technology. Aber, und das ist wichtig, wenn wir sehen, und wir sind hier bereits an den August-Tops angekommen von 2022. Falls uns dieser Chart hier bullisch ausbricht, dann kann die Rallye wirklich nochmal übergeordnet auch einen ganz anderen Gang einschalten. Gleichzeitig sehen wir, dass wir bei Healthcare jetzt an wichtigen Widerständen angekommen sind im Rahmen einer sehr, sehr scharfen Rallye. Erinnere dich mal dran, wir haben zuletzt darüber gesprochen, als dieser Chart wirklich stark überverkauft war im Rahmen von diesem übergeordneten Abwärts-Trend. Dann siehst du hier den Breakout und hier diese nahezu vertikale Bewegung nach oben. Und dieser Chart ist jetzt nach einer impulsiven Welle zur Downside angekommen am 61er und 65er Fibonacci. Wenn du aktuell die Healthcare-Aktien auf deiner Watchlist hast, sei dir bitte im Klaren. Du bist hier alles andere als früh dran für diesen Trend. Wir sehen hier einen überkauften RSI. Ich könnte mir möglicherweise sogar durchaus vorstellen, dass es hier nochmal zu einer Rotation kommt, raus aus Healthcare. Ich weise dann rein in Tech. Müssen wir so ein bisschen jetzt beobachten. Der Healthcare-Sektor ist aktuell überkauft am wichtigen Widerstand am 61er und 65er Fibonacci. Aber auch hier gilt, wenn dieses Level rausgenommen wird und du siehst ja auch wieder, wie technisch das funktioniert. Perfekter Widerstand hier am 61er und 65er in der Golden Pocket von dieser Downside. Aber wenn Healthcare hier ausbricht, kann es nochmal durchaus nach oben durchziehen. Dann hätte der gesamte Sektor, damit natürlich auch interessant, die Einzelaktien nur nochmal bis zu 3% Upside-Potenzial. Wenn wir uns den Financial-Sektor anschauen, dann muss man sagen, ist das eine sehr interessante Preis-Action, die wir sehen. Der ist hier ausgebrochen im November letzten Jahres aus dem großen Abwärtstrend. Wir machen den hier immer ein bisschen dicker. Und jetzt im Rahmen der Bankenkrise haben wir diesen Breakout aus dem Abwärtstrend als Support getestet. Hier unten auf der Zone, wo wir in den letzten Monaten immer mal wieder Support gefunden haben, nämlich im Juni letzten Jahres, im Oktober letzten Jahres und jetzt eben hier aktuell wieder. Und von hier bahnt sich jetzt eine v-förmige Erholung an. Das ist ein interessantes Pattern, zumal das hier auch ganz klar eine Harmonik ist, die sich abgeschlossen hat hier unten beim 88er Fibonacci. Und jetzt gehst du eben in die Gegenbewegung. Deswegen habe ich hier die Downside mal abgemessen, damit wir unsere Kursziele sehen für den Financial-Sektor. Und du bist jetzt hier angekommen beim ersten der denkbaren Kursziele beim 38er Fibonacci nach dem Beginn einer möglichen v-förmigen Erholung. Das nächste Kursziel, dazu messen wir uns einfach diesen, beziehungsweise dazu verlängern wir uns diesen sehr, sehr steilen Aufwärtstrend. Der muss ganz klar halten im Rahmen von so einer Gegenbewegung. Das sehen wir dann hier beim 50er Fibonacci. Da hätten dann die Großbanken hier der Index nochmal circa 2,5 Prozent bis 5 Prozent abseits. Wenn wir nämlich hier die 200-Tage-Linie rausnehmen und die 50-Tage-Linie bei der Financial, dann halte ich auf jeden Fall auch das 61er Fibonacci für denkbar. Zwei Dinge, Banken sehen durchaus nicht schlecht aus. Muss man sich ganz klar auf den Schirm rufen, dass die hier nach einem Breakout den Breakout gebacktestet haben als Support und jetzt hier in einer scharfen Aufwärtsbewegung sind. Aber das Zweite, was man auch sagen muss, richtig früh dran für diesen Trade, bist du zum aktuellen Zeitpunkt hier nicht mehr. Und damit kommen wir zu den Indizes und die beginnen wir mit einem Blick auf den Volatilitätssenex. Und der ist am Freitag auf die 52-Wochen-Tiefs gefallen. Mein Schlusskurs beim WIX waren 17,07, das bislang 52-Wochen-Tief, das liegt hier bei 17,04, das war im Februar 2023. Und wenn wir hier zurückgehen, dann sehen wir, dass das nächste Tief erst wieder das Tief ist, hier bei 16,3. Und das war im Januar 2022 an dem Tag, wo der S&P 500 das letzte Mal ein All-Time-High gesehen hat. Und danach kam die Hänge-Geld-Politik sozusagen und es gab keine Volatilitätsindizes mehr. Unter den 17 sind wir jetzt wieder angekommen und das ist jetzt die große Frage, sehen wir einen WIX, der unter dieses Level, der unter das 52-Wochen-Tief kapituliert. Und dann haben wir meines Erachtens eine große Chance, dass der S&P 500 aus den 4.150 Punkten ausbrechen kann. Ich weiß ja, die Kurslücke schließt, über die wir gleich sprechen, wenn wir über den S&P 500 sprechen. Das ist hier eine unglaublich spannende Situation, wichtig ist aber auch und deswegen ist hier dieser Abwärtstrend eingezeichnet. Wenn wir Tagesschlusskurse bekommen beim WIX, einen Breakout sehen aus diesem Abwärtstrend und vor allen Dingen Volatilitätsindex-Kurse sehen über 18, dann natürlich im weiteren Verlauf potenziell über 20, da muss man vorsichtig werden, weil das war in den letzten Monaten, wenn wir aus so einem scharfen Abwärtstrend ausgebrochen sind, immer wieder ein Zeichen für sich aufschaukelnde Volatilität und damit natürlich für eine Korrektur am Aktien, aber auch am Kryptomarkt. Damit kommen wir zum S&P 500 und den schauen wir uns hier im Spotmarkt an, SPX, wo wir auch die Kurslücken vor allen Dingen sehen und sprechen hier mal über das aktuelle Szenario für 2023 und wie sich der Kurs derzeit dran hält. Wir haben das hier zuerst mal auf dem Schirm gehabt im Rahmen von Mitte März, im Rahmen von dieser Konsolidierung, da hatte ich drüber gesprochen, es kann hier entweder nochmal einen Dip geben in dem Bereich um die 3,8 oder wir brechen direkt aus diesem Abwärtstrend aus. Der Markt ist ausgebrochen und wir sehen, wie perfekt er sich an die Projizierung hält. 4.155 Punkte war für mich ein wichtiges Kursziel beim S&P 500. Ihr wisst von der gesamten Downside von 2022 des 50er Fibonacci. Das haben wir jetzt am Freitag abgeholt mit einer sehr interessanten Kerze, Doji-Kerze im Kurs beim S&P 500. Also der Markt weiß nichts anzufangen mit diesen Kursen vom Freitag. Ganz wichtig, wenn du das Top von der Doji-Kerze rausnimmst, kommt es gerne nochmal zu einem Shortsqueeze. Allerdings, wenn du danach Schlusskurse kriegst unter dem Boden der Doji-Kerze, dann gehst du gerne in eine Korrektur. Mein Primärszenario bleibt weiterhin, dass wir den S&P 500 vermutlich nochmal sehen können im Bereich um die 4.000 Punkte, ich weiß sogar nochmal 3.950 Punkte. Das wäre für mich nochmal ein Bereich, wo ich nachkaufen würde, um mich dann für eine potenzielle weitere Welle in den Bereich von 4.300 bis 4.350 Punkte hier in Position zu bringen. Und jetzt kommt aber der Punkt, wo ich eingangs auch drüber gesprochen habe. Wir müssen so ein bisschen noch ein Alternativszenario mit auf dem Schirm haben. Und wenn wir auf die linke Seite schauen, sehen wir hier eine offene Kurslücke aus dem August 2022. Und die wäre geschlossen bei 4.224 Punkten. Und ich möchte absolut nicht ausschließen, weil wir sehen auch, dass der RSI hier nach oben noch Platz hat. Zuletzt am Top waren wir genau am überkauften Bereich dran. Und jetzt hier diese Doji-Kerze. Wir sehen, der Markt weiß mit dem aktuellen Umfeld wenig anzufangen. Und wenn wir hier nochmal ein Breakout bekommen würden über die 4.150 Punkte, habe bitte diese 4.227 Punkte auf dem Schirm. Wir hätten dann auch ein knapp höheres Hoch generiert als im Februar und könnten dann hier, nachdem diese Kurslücke abgeschlossen ist, auch wunderbar abkorrigieren nochmal auf die 4.000 Punkte, um von hier dann weiter durchzuziehen. Aktuell zwei Szenarien auf dem Schirm. Entweder von hier ein Dip in die Richtung 4.000 Punkte oder wir machen jetzt tatsächlich noch im weiteren Verlauf diese Kurslücke hier oben zu bei 4.220. Hier würde ich den Markt dann aber das erste Mal auch nochmal komplett neu bewerten. Und wenn sich die Rally fortsetzen sollte in dem Bereich um die 4.300 bis 4.350 Punkte, dann müsste man hier den Markt wirklich komplett neu bewerten. Ich würde hier auch aggressiv Gewinne mitnehmen, möglicherweise sogar eine Short-Position aufbauen, weil wir dann nämlich sehen, dass wir von der großen Downside 2022 genau in die Golden Pocket reingelaufen sind und wir wissen, das ist dann ein, wenn nicht sogar das kritische Widerstandslevel. Und von hier könnte sich dann auch durchaus eine weitere scharfe Welle zur Downside einläuten. Das ist ganz klar eine Spekulation auf die Zukunft. Ich würde aber, wenn wir sehen, dass sich diese Rallye jetzt noch fortsetzt, in dem Bereich der 4.300 bis 4.350 Punkte in diesem Bereich sehr, sehr starke Gewinne mitnehmen, habe aber auch definitiv noch ein Szenario auf dem Schirm, über das wir jetzt sprechen. Denn sollte der Markt im Umfeld dieser starken Short-Positionierung, die wir aktuell sehen, aus diesem 61er und 65er Fibonacci ausbrechen, würde ich hier sofort meine Short-Positionen wieder schließen und möglicherweise sogar nochmal eine aggressive Long-Position eingehen. Ich muss ganz klar sagen, das ist derzeit nicht mein Primär-Szenario. Man müsste hier in dieser Golden Pocket den Markt komplett neu bewerten, aber wenn wir einen Ausbruch bekommen aus der Golden Pocket, ist das technische Kursziel des 78er oder des 88er Fibonacci, und das wären hier tatsächlich Kursziele um 4.533 bis 4.600 Punkte. Wenn wir auf der linken Seite schauen, sehen wir dann Doppeltops mit dem April 2022 und dem Februar 2022. Und was passiert, wenn ein 88er Fibonacci mit viel Volumen gebrochen wird? Das wissen wir auch. Nach unten gehen die Bullen zum Sterben, aber nach oben gehen dann tatsächlich auch die Bären zum Sterben. Und du siehst hier oben mal zumindest ganz vorsichtig skizziert, was passieren würde, wenn der S&P 500 möglicherweise im Rahmen von einer massiven Short-Squeeze-Rallye in den Bereich von 9 All-Time-Highs laufen würde. Das ist absolut derzeit, muss ich ganz klar dazu sagen, nicht mein Primär-Szenario. Wir werden den Markt hier handeln, wie wir ihn sehen. Wichtige Levels 4.220, wichtige Level für Rücksetzer. 4.000 Punkte bis 3.950 Punkte übergeordnet. Dieser wichtige Aufwärtstrend, der muss auch im weiteren Verlauf definitiv halten und komplett neu bewerten. Die aggressive Gewinnmitnahmen werden stattfinden bei 4.300 bis 4.350 Punkte. Aber wenn ich sehe, dass der Markt hier ausbrechen sollte, werde ich ganz klar entsprechend darauf reagieren. Und ein Chart, der uns sehr stark dabei behilflich sein wird, den Markt richtig zu lesen, das wird dieser Chart sein, nämlich der Chart auf den Nasdaq 100. Und schaut euch bitte mal diesen wunderschönen Aufwärtstrend-Kanal an, den wir sehen seit den Januar-Tiefs. Herrlich respektiert, am Top, aber auch am Boden. Hier nochmal wunderbar mit der Reaktion Mitte März, auch die Reaktion am Top im Februar. Der ist wirklich bestens respektiert, dieser Trend-Kanal. Und deswegen werde ich, seid euch sicher, auch sehr, sehr vorsichtig werden, sollte dieser Trend-Kanal hier eines Tages brechen. Weil das ist für mich ganz klar der Trigger, der den Markt nach oben schiebt. Wir wissen, es sind wenige Aktien, die den Markt antreiben. In erster Linie die Big-Tech-Aktien. Wir sehen jetzt hier derzeit Support an der Herzlinie für den Moment in diesem Aufwärtstrend-Kanal. Das kann hier durchaus stark steigende Kurse auslösen. Das muss uns klar sein. Vor allen Dingen, wenn der Nasdaq es schaffen sollte, im weiteren Verlauf die 13.600 Punkte hier rauszunehmen, dann ist das Kursziel hier die Golden Pocket beim Nasdaq 14.300 bis 14.500. Ganz klar beobachten, hier müssen wir den Markt dann auch komplett neu bewerten. Natürlich analog zum S&P 500. Aber ganz klar, das hier ist der Trend-Kanal, der meines Erachtens derzeit den Markt definiert. Wenn wir hier nochmal an die Oberseite ranlaufen, kommt natürlich eine schärfere Korrektur in Frage, wie wir es hier zuletzt gesehen haben. Und deswegen fühlt sich der Markt auch aktuell so unentschlossen an, weil der wichtigste Chart meines Erachtens, der Nasdaq-Chart, aktuell eben genau auf der Hälfte liegt von dem derzeitigen Trend-Kanal. Also du hast hier, was deine Chance und Risikoeinwertung angeht, aktuell einen ganz klaren Münzwurf. Läufst du nochmal ans Top von diesem Trend-Kanal oder gehst du runter an den Support. Und das ist eben immer eine sehr undankbare Phase im Markt. Wenn du hier dich erinnerst, Anfang Februar war klar, Gewinn, Mitnahmen werden anstehend. Hier waren wir am Top angekommen, sozusagen von dieser Range. Und am Support tut man sich auch relativ leicht, neue Long-Positionen einzugehen. Aber gerade eben auf der Hälfte von so einem Trend-Kanal, vor allen Dingen, wenn so eine Rallye auch durchaus schon mal fortgeschritten ist, kann eben der Markt sehr, sehr unentschlossen sein. Und das müssen wir aktuell ganz klar respektieren. Wichtiger Support im Nasdaq 100 ist hier der Bereich von 12.850 Punkten. Das ist von der gesamten Downside des 38er Fibonacci. Das war hier im Februar der Punkt des Widerstands. Rücksetzer, jetzt bist du hier drüber und testest das aktuell als Support. Nächster Widerstand wäre hier ganz klar das 50er Fibonacci, dann im Rahmen auch von dieser Kurs-Zielzone bei 13.600 Punkte. Und übergeordnet sind wir hier natürlich auch in dieser Harmonic unterwegs seit dem August hoch. Und da wäre das 88er Fibonacci, das haben wir noch nicht ganz abgeholt. Hier das Ziel von circa 13.350. Wenn dir das Video Mehrwert bietet, lass sehr gern deinen Like da, dass es der YouTube-Algorithmus möglichst vielen Leuten empfiehlt. Und abonniere auch den Kanal, dass du jetzt in dieser wichtigen Marktphase nichts mehr verpasst. Und ein Index, den ich aktuell auch ganz genau beobachte, ist der Russell 2000, der Index der Nebenwerte in den Vereinigten Staaten. Hier sind auch viele unprofitable Titel drin, eben gerade Titel, die es im aktuellen Umfeld sehr, sehr schwer haben. Und wenn ich sehe, dass dieser Index dann zum Leben erweckt, dann ist es durchaus ein positives Signal. Wir sehen ihn aber aktuell deutlich unter seiner 200-Tage-Linie, auch unter seiner 50-Tage-Linie. Das zeigt dir ja auch die relative Schwäche zu den übrigen Indizes. Und ein interessantes Pattern zeigt dir nämlich einen möglichen Dragon. Du hast hier einen massiven Abwärtstrend. Jetzt kommst du zurück an diesen Abwärtstrend nach der Kapitulation. Möglicherweise hier nochmal ein Dip beim Russell 2000. Diesen Bereich, falls du hier nochmal zurückkommst, halte ich für sehr, sehr interessant. Jetzt lokal ist er hier möglicherweise ein bisschen zu heiß gelaufen bereits für einen direkten Breakout. Wir sehen hier auch die wichtigen Widerstands-Zone 250-Tage-Linie. Müssen wir genau beobachten. Auch hier ist jetzt lokal ein Aufwärtstrend noch völlig intakt. Den beobachten wir ganz genau. Denn aktuell haben gerade Small Caps auch noch viel Aufwärtspotenzial, viel Aufholpotenzial. Und komm gerne auf den Discord. Und wer den 10X-Member, da poste ich aktuell gerade auch in diesem Sektor, bei den Small Caps, viele interessante Analysen. Und derzeit muss ich aber sagen, hier mein Primär-Szenario, und wir sehen es hier auch ganz lokal, hier kann sich durchaus eine kleine Harmonic abspielen. Also dieser Aufwärtstrend, wenn bricht, dann kommt er hier gerne, sehr, sehr gerne nochmal zurück auf den 88er Fibonacci. Und würde dann hier eben dieses große Pattern aufbauen. Und diesen Breakout hier, diesen potenziellen Punkt, den halte ich dann eben im Hinblick auf eine impulsive Welle D, die dann gerne an das Top von dieser Range laufen kann, in dem Bereich von 1950 bis 2000 Punkten im Russell. Für durchaus einen interessanten Einstiegszeitpunkt. Der Hang Seng geht aktuell seitwärts beim wichtigen Support von 20.000 Punkten. Da möchte ich ihn jetzt auch kurzfristig eher nicht mehr drunter sehen. Wenn er hier nochmal drunter fällt, bitte die 20-Tage-Linie auf dem Schirm. Die kommt hier bei exakt 20.000 Punkten an, aktuell. Und auch über der 200-Tage-Linie ist der Hang Seng-Genext. Nachdem wir hier tagelang wirklich einen extremen Kampf hatten, danach brichst du aus, Backtest als Support, gehst drüber. Ungern möchte ich ihn jetzt unter der 200-Tage-Linie sehen. Ich möchte ihn gar nicht mehr sehen, lokal unter der 200-Tage-Linie. Das darf er gerne nochmal zeigen. Ein Dip auf die 200-Tage-Linie. Aber von dann möchte ich wieder starke Upside sehen. Das Kursziel liegt jetzt hier für mich mal erst im Bereich von der Nackenzone, von dieser möglichen massiven inversen Schulterkopf-Schulterformation. Das wären hier 22.500 bis 22.800. In der nächsten Woche gibt es das Bruttoinlandsprodukt aus China. Wichtige Meldungen. Das kann hier natürlich einen Impuls reingeben. Einen Impuls halte ich auch für durchaus denkbar, weil der hier in einer sehr, sehr engen Range aktuell seitwärts geht. Widerstand bei 20.900 beim 38er Fibonacci und hier lokal bei der 50-Tage-Linie Support. 20-Tage-Linie und im weiteren bitte 200-Tage-Linie. Da möchte ich ihn nicht mehr drunter sehen. Wir kommen zum DAX im Tageschart. Und den schauen wir uns hier wirklich nur ganz lokal an, weil es dir hier sehr, sehr spannend macht. Weiterhin halten hier diese steigenden Tiefs. Und auf die hatte ich dich die letzte Woche auch immer hingewiesen. Solange hier diese steigenden Tiefs halten, hat meines Erachtens eine Short-Position hier keinen Platz. Im DAX am Freitag gab es auch einen sehr, sehr starken Schlusskurs. Höchster Tagesschlusskurs im DAX, wenn wir zurückblicken, seit Januar 2022 bei einem Tagesschlusskurs von 15.822 Punkten. Hier hatten sich die Bären durchaus committet. Hier gab es einen starken Verkaufsdruck auf der Tageskerze vom 12. April. Muss man jetzt abwarten, wenn das Level durchaus rausgenommen wird. Halte ich DAX-Kurse um und bei 16.000 Punkte für absolut denkbar. Wenn wir uns die FIBO-Ziele anschauen vom letzten richtigen Rücksetzer, hier vom März runter auf den 20. März bei 14.500 Punkte, dann sehen wir weiterhin, dass die Ziele bei 16.050, 16.200 Punkte sind. Das ist 127er bis 141er. Da sprechen wir noch nicht von neuen All-Time-Highs. Falls der DAX ausbrechen sollte, über die 16.298 Punkte ist der goldene Schnitt, das 161er das Kursziel, hierbei 16.485. Und das wären dann tatsächlich beim DAX neue All-Time-Highs. Wir kommen zum Bitcoin im Tagesschart. Und da erinnere ich mal, worüber wir letzte Woche gesprochen haben. Ich hatte gesagt, ich hätte gerne Tagesschlusskurse über 30.000 US-Dollar. Und die liefert der Bitcoin jetzt wirklich zuverlässig ab. Seit letzten Donnerstag haben wir auch keine Kurse mehr gesehen. Intraday von unter 30.000 US-Dollar. Und das müssen wir jetzt hier meines Erachtens ganz genau beobachten. Kursziel bleibt beim Bitcoin, solange wir ihn hier über diesem lokalen Aufwärtstrend sehen. Also keine Bitcoin-Kurse mehr sehen. Von unter 28.200 bis 28.800 muss man sagen. Hier ist nämlich die 20-Tage-Linie aktuell. Ich möchte nicht sehen, dass dieser lokale Aufwärtstrend bricht beim Bitcoin. Ansonsten müssen wir uns mit einer etwas schärferen Korrektur auseinandersetzen. In dem Bereich um die 25.000 US-Dollar. Aber solange der hier dieses Level halten kann, sieht das durchaus gut aus. Und wie gesagt, wir sehen hier auch wenig Verkaufsdruck. Und hier diese alten Tops, diese alte Widerstandszone bei 28.300. Nämlich das übergeordnete 23er Fibonacci. Der gesamten Downside vom Krypto-Crash seit den All-Time-Highs. Das sind hier eben diese 28.2. Und das war zuvor Widerstand. Und könnte jetzt hier selbst bei einem etwas schärferen Dip nochmal durchaus zum Support werden. Übergeordnet, wie gesagt, habt diesen Aufwärtstrend auf dem Schirm. Habt diese alte Widerstandszone auf dem Schirm, die hier durchaus, falls der Bitcoin auch nochmal ein bisschen schärfer runterkommen sollte, in den kommenden Tagen zum Support werden kann. Übergeordnet bleibe ich hier lokal und kurzfristig kryptobullisch, solange wir Kurse sehen über 28.2 bis 28.4. Man kann im weiteren Verlauf sagen, immer und immer wieder, solange eben die 20-Tage-Linie hält, die hier vor allen Dingen zuletzt impulsiv zum Support, wo wir auch drüber gesprochen haben. Wir möchten hier keine Schlusskurse sehen unter der 20-Tage-Linie. Gedankt hat uns der Bitcoin mit einem Shortsquiz. Und da bin ich jetzt eben gespannt, ob es hier nochmal einen weiteren Impuls nach oben geben wird. Ganz wichtig, habe hier auf der linken Seite auch diese Liquiditätszone auf dem Schirm. Über 31.000 ist hier extrem wenig Widerstand. Da geht es wirklich senkrecht runter. Das kann der Bitcoin hier nach oben, senkrecht nach oben auskontern. Sehr, sehr spannender Punkt aktuell. Und vor allen Dingen auch bei den Altcoins. Da haben einige noch deutlich mehr Upside-Potenzial. Und schreibt mir da auch gerne mal in die Kommentare, ob das was ist, was euch interessiert, dass wir mal auch in die täglichen Videos immer mal wieder einen Altcoin-Chart einbauen. Ich bedanke mich vielmals, dass du das heutige Video bis zum Schluss geschaut hast. Schau mal in die Videobeschreibung. Dort findest du die Möglichkeit, Mitglied zu werden bei 10xTrading. Dadurch bekommst du ab 4,99 Euro im Monat Zugriff zum Premium-Bereich im Discord, wo du dich mit vielen Gleichgesinnten austauschen kannst und wo ich täglich für dich Markt- und Aktienanalysen poste. Ich bedanke mich vielmals für deine Aufmerksamkeit und sage Tschau.